ja hallo und herzlich willkommen mein name ist thomas sauerborn und in dem heutigen video geht es um qualitätsmerkmale in einer einbauküche ich möchte dir ein paar hinweise geben worauf du beim küchenkauf achten solltest welche dinge nicht zu vernachlässigen sind und dafür skizziere ich einmal zwei schränke auf das heißt wir haben zum beispiel jetzt hier seine küchenwand in der seitenansicht dann haben wir hier den unterschrank sockel arbeitsplatte auszüge so mal die bewusst mal ein bisschen stärker damit du nachvollziehen kannst was das ungefähr sein soll dann haben wir hier beispielsweise ein hängeschrank so woran kann ich jetzt eine gute qualität für die einbauküche erkennen fangen wir mal an bei den ausstattungsmerkmalen der einzelnen schränke eine gute qualität kannst du daran erkennen dass die einlegeböden zum beispiel in dem hängeschrank da sind ja diese fachböden drin da gibt es unterschiedliche ausstattungsvarianten hier ist es wichtig dass du darauf achtest dass diese böden mindestens 19 mm stark sind es gibt lieferanten die bauen da 16 mm stärke ein aber geh du hin und achte darauf dass die 19 mm sind das hat den vorteil dass die böden nicht so schnell durchhängen du hast mehr stabilität in dem hängeschrank und mehr freude das gleiche gilt auch natürlich für den unteren konstruktionsboden den oberen auch hier achte darauf dass die 19 mm stark sind fragt da den verkäufer wie stark sind die einlegeböden wenn das nicht weiß misst zur not nach aber das sollte der schon wissen so der nächste hinweis bei den hängeschränken ist wichtig dass die hängeschränke von der seite gesehen eine etwas nach innen versetzte rückwand haben das siehst du bei der küche nicht wichtig ist dass die rückwand circa zwei vielleicht auch mehr zentimeter nach innen versetzt ist warum damit hier luft hinter zirkulieren kann sollte das nicht der fall sein das ist keine gute ausgangsbasis weil gerade bei neubauten wenn der putz noch nicht ganz so trocken ist es wichtig dass die luft zirkulieren kann hier solltest du unbedingt darauf achten es gibt auch schon mal verkäufer die planen hier unten ein boden drunter und verschließen damit eigentlich die luftzufuhr unter den schrank oder oben drüber ist das auch schon mal zu sehen da solltest du darauf achten dass das nicht passiert dann wichtig die schrankseiten bzw die rückwände der schränke die sollten auch von hinten also der nicht sichtbare teil den du gar nicht siehst wenn die küche steht sollte von hinten beschichtet sein entweder mit einer kunststoff beschichtung oder auch lackiert wie auch immer auch da zählt wenn du ein neu gebautes haus hast eine wohnung hast wie auch immer kommt immer noch feuchtigkeit aus der wand raus und hier entsteht wenn du das nicht entsprechend berücksichtig ist sehr schnell schimmelbildung dann entstehen gerüche auch dann im schrank dein porzellan dein geschirr hast du vielleicht auch schon mal dass das leicht nach nach muffel riecht da kann das mit schimmel zusammenhängen es muss nicht aber es kann deswegen achte darauf dass die rückwände auch beschichtet sind das ist eine wichtige sache so die rückwände sollten zusätzlich die sind immer in einer sogenannten note wenn man hier die seite corpus seite hat oder hier ist die andere dann dann ist hier die rückwand eingenotet achte auch darauf dass sie einmal eingenotet ist wichtig ist auch dass sie zusätzlich verklebt ist das heißt hier ist in der regel hinten dran ein wenig kleber was auch immer ist kein leim oder kleber sein spielt jetzt nicht die rolle welchen vorteil hat das einmal hat der schrank eine stabilität die viel besser ist als wenn es nicht verklebt ist aber ein wesentlicher punkt ist die rückwand klappert nicht das hat man schon mal früher gerne gehabt dass die rückwände geklappert haben und das ist sehr unangenehm zusätzlich solltest du darauf achten dass die rückwände im oberboden verschraubt sind also hier verschraubt sind und hier auch im unterboden verschraubt sind achte darauf dass sie nicht mit tackern versehen sind also tacker sind so kleine klammern kennt ihr wenn man papier zusammen tacket damit werden teilweise in der möbelindustrie schon mal rückwände befestigt eine qualitätsmerkmal ist sicher wenn diese rückwände geschraubt sind wie stark die rückwand ist das variiert das gibt es von drei millimetern bis zu acht oder auch zehn millimetern stärken auch da kann man sicher sagen das ist eine gute sache wie stärker das ist es ist nicht unbedingt ein qualitätsmerkmal je stärker die rückwand ist es halt mehr material verbraucht und rückwand hat so eigentlich nicht viel auszuhalten außer dass sie halt den schrank von hinten schließt ja wichtig achtet noch mal darauf wie tief ist dieser hängeschrank hier bin ich der meinung der sollte mindestens 35 bis 37 cm tief sein warum 35 bis 37 damit du hier auch wirklich große tiefe teller hinein bekommst so passt da teller pizza teller und so weiter wenn die nicht in den hängeschrank passen dann ist der hängeschrank eigentlich nutzlos dann kannst du da nur gläser tasten oder so rein stellen aber auch hier ist es halt wichtig dass auch große teller hineinpassen ist vielleicht auch noch mal ein qualitätsmerkmal bei den unterschränken sollte das gleiche mit den rückwänden sein das heißt auch hier ist die rückwand versetzt nach innen meist so zwischen zwei und dreieinhalb zentimetern je nachdem schreibt mal dreieinhalb centi oder 35 millimeter dahin die rückwand sollte auf jeden fall auch beschichtet sein ähnlich wie hier mit mit einer lackoberfläche oder mit einer kunststoffoberfläche das ist eigentlich egal wichtig auch da dass das ding nicht platt an der wand steht sondern wirklich dass da luft zirkulieren kann hier unten im sockel ist sowieso platz hier sind die sockel füße unten drunter ist somit kein problem ja das sind so die wesentlichen punkte wo man qualitätsmäßig schon mal darauf achten soll was die holzteile angeht dann achtet darauf was sind da für scharniere drin die scharniere in der seite gesehen sagen beim hängeschrank sind zwei für eine drehtüre achte darauf dass diese scharniere auf jeden fall gedämpft sind nichts ist schlimmer als wenn man zu hause ein haussägen schief hängen hat einer schmeißt die tür zu und es scheppert deswegen solltet ihr immer darauf achten dass die schränke scharniere haben die gedämpft sind und die scharniere sollten in der höhe und in der neigung natürlich verstellbar sein weil die setzen sich im laufe der zeit und somit hast du dann die möglichkeit das nachzustellen oder auch nachstellen zu lassen von deinem fachhändler vor ort das gleiche gilt für die auszüge hier die auszüge wenn du sie raus siehst und hier ob das ein schubkasten das ist ein schubkasten oder ein auszug ist wenn du die rausgezogen hast und schmeißt sie dann hinterher wieder zu dann müssen die gedämpft hier wieder rein fahren und nicht wieder zurück springen das ist wichtig sonst scheppert ihr dein geschirr dahin und her und das soll nicht sein das ist sehr unangenehm achtet darauf dass die auszüge auf jeden fall auch eine dämpfung haben da fragt einfach den verkäufer ob das gegeben ist das denke ich sollte ein wichtiger hinweis sein wenn das nicht gegeben ist nehmen lieber einen anderen küchenhersteller dann hast du mehr freude später daran ja wichtig vielleicht auch noch mal ist dass du die sockel und höher unterscheiden beziehungsweise verstellen kannst wenn du die nicht verstellen kannst bist du sehr eingeschränkt aber das ist halt mittlerweile schon so ein bisschen standard das sind so die wesentliche qualitätsmerkmale sind nicht alle aber sind die wesentlichen wenn die in deiner küche enthalten sind dann bist du auf der richtigen seite und auf einem guten weg ja ich denke das war ein guter hinweis erst einmal solltest du weitere informationen zum thema küchen benötigen guck einfach auf meiner seite www.richtig-küchen-kaufen.de schönen dank und bis später dein thomas sauerborn tschüss